Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Southbach, der Fractured Battle, mit mir, dem was die guten Tag. Ja. Okay. Wir bekommen hier schon den Tipp, äh, Knallfrösche zu nutzen. Vielleicht legen wir dafür schon gleich einen flach. Das wäre natürlich richtig nice. Zum Beispiel diesen Typ. Halt mal so. Ah, frisst das. Nope. 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 Nee, komm. Pass, pass! Woi? I'm ready to suck ass and take names. Wait, that didn't come out right. Sehr schön. Alter. Alter, nicht an auf Jimmy. See me. Oh, I'm up. Okay. Sure to save. Okay, now. Okay. Ja, pass auf, wir machen das nicht so. So, machen wir das. Du bist ne Bitch, du bist meine Bitch. Ha! Hexta. So, der ist tot? Jaja, du gehst erstmal drauf. So, jetzt wird's interessant. Juhu! Also nicht mehr angegriffen, der ist unsichtbar, weil er hat auch nicht mehr viel. Gewonnen! Boah, das war easy. Säckchen voller Spuckebälle, na toll. So, was gibt es denn hier? Tja, das versuchen wir herauszufinden. Kuhnland-Francis ist am Ball. Watt, watt, watt. Geölt, oh geil. Richtig, richtig sexy, du. Okay, da geht's nicht hoch. Oh, da sind noch zwei Sachen zum Looten. Den Sammler. Gürtelkettenrezept. Gold. Gürtelkettenrezept. Auf zu Vater. Wie auch immer er heißt. Maxi. See y'all. Oh. See y'all. Hm. Oh. Tweek und Craig. Griff nach der Liebe. Oh Gott. Alter. Craig ist ja schwul, jetzt wie ich das so verstanden hab. Aber, ach je. Kinder, Kinder. Es ist nicht leicht. Ich hatte ja auch nie gedacht, dass Craig schwul ist. Super, Craig. Spannflasche, Crafting Brothers Komponente. Nice. Ha. Durchschaut. Oh. So, was sagt, cool Instagram. Das ist voll cool. Ohne Scheiß. Ich liebe das Spiel. Das ist richtig geil. Ah, wirklich? Ja. Gleich sind wir da. Oh, das hat sich ja verändern. Hey. 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 I don't sell people just anyone. So then the WAP says to the Polak, if I wanted tits, I'd have beat up the nip in the black guy's hat. Oh, ho, ho, ho. Alter, Vater. Erst beim Pausenrauber rumstüffeln. Jawohl. Alles klar. Läuft. So läuft der Hase. Jolanda-Kleid. Ah, lol. Das ist das Kleid vom Chief. Okay. Oh, Gott, was? Easy. Easy. Easy going. Richtig easy. Aber das. Wow. Hey, buddy. Danke. Danke. Okay. Okay. Softroom. Okay. Police. Und diverse andere Scheiß. Liebesbrief der Lehrerin an Ike. Okay. Oh nein. Nein, eigentlich nicht. Oh Gott. Echt jetzt? So, exactly why are you wandering around the police station? Are you hoping to be a little vigilante superhero like Ben Affleck? I understand others' attention must be scary for you. You know what else is scary? Choking on Jared's $5 footlong. I wrote that myself. I actually do stand-up on the weekends. Here's my headshot. You know, with this crime wave, I'm looking for work. You take my headshot around town, and I'll let you see what's in my bottom drawer here in my desk. Want to see what's in my bottom drawer? Where's that smile? Go ahead, get my headshot out there, and I'll give you a treat. Hey, you help me out, I help you out. Ach so, ich muss erst die acht Dinger verteilen. Okay. Hey, die habe ich schon ganz vergessen. Den Idioten. Oh, oh, what do we have here? Looks like we've got another little junior crimefighter, boys. Is that it, kid? Well, the police can always use the help of concerned citizens. I guess we can give our little junior detective a special kitty case to work on. All right, listen up. There's somebody new to town shaking up the crime families. This is a real bad dude. A kingpin of crime who wants to control all the drugs in the city. We've tracked him to this location here. I need you to go in and neutralize him. You lead point? My boys will be there after. If you take out the drug kingpin, we'll give you this junior detective badge. Pretty neat, huh? Now get out there! Okay. Oh, mit dem kann ich auch kein Selfie machen. Schade. Die aber. Nein. Oh, echt jetzt? Dafür muss ich die festnehmen. Ja, eins haben wir aufgehängt. Schön. Das Rathaus war ja jetzt hier direkt links. Da gehe ich mal schnell aufhängen. Ah, da verzögert sich aber alles. Ah, lol. Ich habe ich fast nicht gesehen. Anna, wie weiß. Okay. Wollt. Wollt gerade sagen. So, weiter nach links. Du weißt, dass sie ein Gemeindezentrum alles posten lassen. Da gibt es null Qualitätskontrolle. Okay. Ah, die kann man auch platt machen. Okay, aber die sind ein bisschen zu stark. So, minimal. So, Pater Maxi. Was hast du zu berichten? Quesadilla ist Spezialverbrauchsgegenstand. Okay. 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 Okay, vielleicht ist es noch nicht full-on Armageddon, aber wir brauchen ein Hero. Nicht um das Herz zu machen, aber... Sie sehen sich als eine gute Person? Ich verstehe die Verlust, aber es kommt ein Zeitpunkt, wenn wir uns entscheiden müssen. Will du findest du Jesus, oder? Vielleicht gehen wir die Mitte. Wir sprechen nicht über die dritte Alternative. Ich hoffe, du bist Teil der Lösung, nicht der Problem. Gehe den ersten Schritt, mein Kind, durch diese Meditative-Chamber, das wird dir ermöglicht, dass du deine größten Angst hast. Gehe deine Angst, mein Kind. Gehe deine Angst. Gehe deine Angst. Dein Vater hat deine Mutter. Gehe Angst, der Schmuck? Die Blüte? Gehe deine Angst. Oh, hey! Ich bin in deiner Erinnerung. Ein Freund, katholischer Priester, der möchte dich ein bisschen besser kennenlernen. Ja, das ist richtig. Ich bin total in deiner Erinnerung, auch. Ich werde dir einen Beinbeinchen geben. Ich habe nie gedacht, dass du dich so fühlst. Lass mich die Lichter in hier ein bisschen, damit wir ein bisschen visualisieren können. Oh Gott, im Ernst? Oh Gott. Alter. Diese Gegner setzen langsam Attacken ein. Da, äh... Was ist das gestreift? Ah, ja. Gut. So, Attacken brauchen wir. Ja. Roten Vakierung, ja. Ja. Okay, ohne Ende. Nein. Wie, 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 wie? Wie, 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 wie? Ja. Das war gar nicht mehr so schlecht. Oh Gott, alter. Alter, wie ekelhaft das ist. Nein. Ist das ekelhaft. Oh Gott. Stark. Doch, das geht. Okay. boah das ist so ekelhaft ne ah ii du widerliches stück kot so verreckt ich hab gewonnen ja gott sei dank ii alter ii geht das spiel ist so durch macaroni bild moses allmächtiger heiler du hast deine erste beschwung erhalten greife im kampf auf den geht auf das gegenstandsmenü zu und benutze das macaroni bild um moses zur hilfe zu rufen biebel lol i'll be in touch soon when you're ready to take the next step the lord give us and the lord take us a selfie how about it klar machen wir so so das war es auch wieder mit dieser folge ich bedanke mich rechtes bei euch fürs zuschauen wir haben es den pastoren pastören keine ahnung auf jeden fall hart gegeben ich verabschiede mich und ja euch noch einen schönen tag bis dann macht's gut tschüss 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 tschüss